ARD Text im Auftrag von Funk Herzlich Willkommen Team Biopost Action bei Concentrate Global Offensers mit dabei, EGLE Das 2 Hey, let's go along Gut, dann flash ich SWEET Abhin Wir müssen wie ein Foul sein So ein Rennen Aufs Spot Ich komme von Short Ich versuch's zumindest Von unten kommt noch einer, die sind jetzt zu drüben Okay Ich versuch den unten zu kriegen, ich komme von Short Nein, ich bin da oben One CT Last CT Geh lean Ground the corner Spring drunter She's pretty low at CT Geh lean Jetzt spring doch runter Plan for money money Plan for money We want money in the bank Sorry Ja und jetzt gibt er natürlich mir die Bombe Oder warst du das? Hä? Ich hab die Bombe nicht Du bist schon wieder blau Okay Oh Ähm, ich wurde MVP Ach Gad Mal wieder Haaaa Lower T maybe Team clear Go 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 Tyuh, Scout Schuss was cuando's Gone No! Ah Man! Der ist mir tym Weg gesprungen als ich die Smoke geschmissen hab One mit Ach, Killsteal. Short, letzter. Sauber. USP, ich möchte USP-Raum. Danke sehr. Ich auch. Alter, ich hab ne Techno. Boah, hab ich ne Granate. Warum liegt hier Stroh? Sweet Caroline. Oh, die haben 4. Team. Du weißt, was das heißt? Silber 2. Ja. Oh, hoppla. Mir fällt was ein. Bauchmuskeln ohne B sind auch Muskeln. Hattest du schon mal? Verdammt. Kar. Ich schmeiß in der Nate. Wo haben das grad 3 Nades? Ich rush den. Scheint. Auf Spot einer. Spot. Unten. Ja, der hat ihn. Und der auf Spot? scheint er aufdruck zu sein. Ja, ist, ist down. Gib mir noch ein. Sg. Wo? Ähm, Scout mein ich. Na, SSG. Oh. Wie soll ich in der SG liegen? Wir leben alle. Ich versuche den zu kriegen. Die haben einen von uns schon gekillt. Und das warst du. Oh, ich wollte den. Einer von der, wo ich keine SG haben konnte wahrscheinlich. Und jetzt schnappst du mir die M4. Nee, wir halten. Bin ich doch gar nicht. Ich bin da mit 90. Oh. Okay. Ich nehme mir eine A. Ich bin auch... Oh, schreckend. Oh, bitte nicht zu früh. Ja, sofort. So, one passing. Sollen wir B gehen dann? Ah, er hat zwei gesehen. Okay. Einer könnte da pushen. Nice. Behind the door. One behind the door. Wow. Nice. Der hat ihn. Ah, clear. Okay. Anscheinend. Ich komme von... Uff, ich dachte gerade, das wäre einer von... Nee, Schalter kommt schon was. Amort, scha-jong. Okay, sehr, sehr. Too short. Down. Pro 90. Pro 90 Entertainment. Präsentiert. Lang. Lang. Lang, Double Doors. Lang. Ach, du bist blau, stimmt ja. Jetzt habe ich ihn aber. Sweet Caroline. Oh, oh, oh. Der geflogen ist, Mann. Das war... Wie ein Vogel. Wie ein Vogel. So groß. So groß. Wie? Er pögelst ihn auch wenigstens sehr groß. Oh, Mann. Ach, die haben selbst schon gesmoked. Wir haben drei AFPs. Pass auf, da könnte eine Shotgun. Das bist du gar nicht. Ich bin orange. Ah, unser Bomb Carrier geht vor, das behagt mir nicht. Behagt mir nicht. Da ist tatsächlich eine Shotgun gewesen. Okay. Einer noch aufs Spot. Ah, ich wurde geflasht von meinem eigenen. One on side, ey. Ich bin geflasht. Down. Ich bin wieder... Jetzt hört auf, mich zu flashen. Short container. One on side. Das ist bei uns... Ne, das ist eine Leiche. Dort ist einer einfach eine Leiche. Ich kann das einfach mal. Short, guck dort keiner. Ich schaub lang. Short. Short, last one. He is going short with P90. ATHP coming short. Sicher? Immer noch? Ja. Ja, ich habe genau gesehen, wie er da lang gelaufen ist im Dabscreen. Das war cool. Der CT hat sich hinter der Kiste so versteckt, dass noch ein Teil von ihm rausgeguckt hat. Ja, der hat auf Short geguckt, glaube ich. Ja. Das ist halt das Geile. Wenn du eine A-Split gescheit hinbekommst, dann machst du die einfach sowas von fertig. Wir haben vier AWPs. Jetzt wird es so langsam. Ja, die anderen sind aber auch nicht wirklich gut. Ja, das muss man ehrlich sagen. Es kommt alles wegen mir. Zwei. Juch. Einer B. One B. Einer ist halt schon down. Von denen. Kommt da jetzt was auf lang? Habe ich den erwischt? Yes, habe ich. Du kannst gehen. Korne clear. Vielleicht auf der rechten Seite. Onspot A, 50 HP, going to short. P1 down. K. Ah. Leine. Der Gelbe ist so scheiße mit der HP, der könnte ich sein. Ich wollte gerade aber auch nicht unbedingt ein Highlight. Ähm, ich möchte nur von Anmärkten, die kaufen sich langsam P90s. Die sind gut gegen euch, wenn ihr die nicht sofort killt. Ja, ich weiß. Aber wir killen sie halt sofort. Ja, ich kille sie sofort. Du bist freundlich. Halt dein Maul! Oh, ich bin schnell auf lang. Ich bin schnell auf B. Ja, dann geht B. Okay. Obwohl. Ja, ich weiß nicht. Mit den ganzen APPs und so. Ja, dann geh ich halt nicht B. G, Mitte. Oder short. Oder lang. Aber nicht B. G, B. Long Orb. Too long. One in front of the doors. He's pushing. Pushing. One in front of B. He's going back. With Orb. I say go be there and two Ops are long. Die sind schon praktisch aufs. Okay, die wollen das Duell haben. Er gewinnt so. Okay, nevermind. Nice one. Jetzt ist der, der hat aber auf dich gehört. Coming, Ramp. Unglücklich. Ach, sind Leben noch zwei. Scheiße. Copy, copy. Ah, der hat die Bombe. Ja. Lonnie. I'm so lonely. I got no body. Fall my own. Oh, schade. Wendet einfach die Bombe. Ich glaube, ich kaufe mir nächstes Mal keine AWP mehr, weil das... Ja, P90 ist halt gut gegen AWP, wenn du ihn nicht sofort erwischt. Ich weiß gar nicht. Doch, mich hat eine P90 erwischt. Der hört hoffentlich, wenn er defused. Der sieht sogar, wenn er defused. Ich bin der schlechteste mit 6.01. Du, 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 du. Du musst halt wieder frei. Du musst zu einer Schießerei. Komm, crowds. Crowds. Crowds, fucking crowds. Sie klauen uns und drops. Das ist das Spiel. Oh, jetzt habe ich mir schon eine AWP gekauft. Eine AWP gekauft. Nein, eine SV. Ja, ist doch okay. Okay, wir haben eine AWP in der Mitte, die hinterherkommt. Soll ich den lower schauen, sicherheitshalber? Obwohl, wir haben zwei die, die in die Mitte an zwei Minuten schauen. Fuck. Die haben eine AWP in der Mitte. Ich bin geflasht. Okay, durch. Da... Sorry. Oh, ich habe dich gar nicht angehittet. Da kommt eine Flash. Ich habe Türen gesmoked. Oh, window. Da kommt eine Smoke rein. Der hat mich zugesmoked. Aber jetzt passt es wieder. Ich schaue aufs Window. Haben wir im Tunnel? Da kommt einer. Da kommt einer. Carl, add Carl. Car doors, car doors, car doors. Doors, spot, spot. Defusing. In dem Moment, wo die Smoke weg ist, hat er mich gerusht. Und hat sofort einen Kopf erwischt. Ja, ich habe am Anfang halt viel HP verloren. Ich habe am Anfang halt viel HP verloren. All, don't trump your ropes. Copy 90. Copy 90 all. Ich spiele MP7, weil dem vertraue ich mehr. Ich gehe aufs Gehe. Copy. Äh. Äh. Bah. Bah. Linäden. Noob-Web-Porn. Don't block. Ich bin hart geflasht. Hab ich den? Ja, du hast einen. Ich bin immer noch geflasht. Was ist das? 4 Flashes. Ich bin unglücklich. Ich bin lag. Das war unglücklich. To slam the bomb. Build up's window. Wandwatch tunnel. ich bin im smoke ich sehe nix es ist unkonventionell aber da ist schönes ding und jetzt haben wir wieder ausnahmswesen denkst du auch lang steht mir aber ich könnte sie haben schaden ist ohne verloren nachdem die zwei gewonnen haben ich glaube sie nicht und wir haben mitte durch am mr right side auf spot und da liegt ne awp im pit bleib einfach so nicht schießen da liegt ne awp im pit im pit im pit links ich wollte die m4 weil die aber hätte ich nicht mehr erreicht ja das wusstest du davor ja 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 genau wohnen gehen wir äh ja keine ahnung einer b2b 2b 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 1b 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 Make your double. Einer wenigstens. Geiles Ding. Booyah Shaka! Predicted. Let's go be... Und das diktet geschrieben mit CK. Hm. Aber das war... Alter. Das war richtig nice. Du hast vier MVP-Sterne. Oh, ich hab mittlerweile auch wieder einen bekommen. Ja, ich hab halt am Anfang die ganze Zeit P90 gespielt. Ich bin geflasht. Torst! Ich muss nachladen. Ja. Ist da ne Smoke schon? In der Mitte steht einer. Die haben gesmoked. Ich hab gesmoked. Window! Doors! Meinte ich doch. Also mit Window meinte ich Doors. Ach so! Weißt du wie ich mein? Ja! Doors! Nee! Weißt du wie... A-H-Way! Soll nur kommt! M-Way! W-Way! Soll nur kommen! Ich hoffe, ich kriege es noch auf die Reihe. Waffenhändler. Das sind solche Vollidioten. Ihr müsst Munition verkaufen. Die geht wenigstens nicht kaputt. Und es herrscht immer Nachfrage. LOL, ich stand gerade auf einem. Einer B. Das klang falsch. Das musst du in der Aufnahme sehen. Ich stand halt wirklich auf einem und bin immer noch von da vorne gelaufen. Oh, ich glaube, einer rushed short. Two ramp. Der Hardtryer. Da müsste er eigentlich sein. Nee, der wurde gekillt von den Nades. Ach so, okay. Ich watch long. Long! One long. Alter, jetzt. Der hat die gleiche Waffe wie ich. Das war wie der Situationskomik. I watch long. Das dreht sich zum CT. Von lang kommt der. CT. Fuck. 4, B, I know. Auto-Sniper. Okay, okay. Slash CT. Ah, ne, auf short hat er einen. Das ist der letzte. Auto-Sniper. Take it, take it, take it. You want it? Yeah. Okay. Oh Gott. Alter, das ist das Gold 3-Niveau. Auto-Sniper, gib mir die. Auto-Sniper, gib mir die. Thank you. Ich glaube wirklich, die sind wieder Silber 3. Unsererster hat 9, 4, 4. Und ich bin 1504 hinter dem. Ich habe 15, 2, 7, 5 MVP-Stern und bin hinter dem. Oh, ich muss die Bond. Die Bonde. Bonde, Bonde. Dr. Bonde, Bonde. Bonde, Bonde. Wie seht er da? Daneben. Das ist der Bot. Ach, die haben einen Bot? Ja. Ich wundere mich schon, warum der mich nicht killt. One on Ram. Zwei auf B. Einer auf B. Keiner auf B. Last one, Scout A. Mit der Auto-Sniper. Aber gut, sie sind selber schuld. Ich glaube, die haben die es sich gekauft. Ja, haben sie hier. Aber du kannst ja auch nachgucken, wie die heißt. Es gibt ja zwei verschiedene für die Teams. Weißt du was? Hat man lang nicht mehr. Ich muss... Und bist du ein Auto-Sniper? Ja. Nein, Negev. Ach, du bist hier vorne. Ich habe auf Grün geachtet. Negev. Sollen wir lang durch einfach? Ja, kann man machen. Da ist der Bot wahrscheinlich. Ich flash. Du Decks Corner und ich rush durch. Okay. Da liegt eine Smoke. Ich gucke immer noch auf Corner. Da könnte ein Scout sein. Der hat schon zwei gekillt. Scout A. 1 B. Minus minus 6. Alter, das ist ein B. Dieser kleine, dreckige Raster. Nein. 2 A. 1 Op, 1 Scout. 2 A, yes. 1 auf der Seite, der CT. Den killt er noch. Nice. Der Junge geht mit das Code so ab. Ja, der ist echt gut. Ist das der Beste? Ja, das ist der Beste von denen. Ja, aber knapp. Ach lol, die haben den Eingekickter nicht zu ihrem Team gehört. Ach so. Viel Debüt. Oh Gott. Jetzt weiß ich endlich, für was FDP steht. Was meinst du? Viel Debüt. Jetzt weiß ich endlich, wofür FDP steht. Okay. Ja, das schreiben in LOL die ganzen Franzosen. FDP, FDP. Couch toi, ta gueule, ta m***. Ferme la. Ey, ta m***. Ta m***. Dein Scheiße. Okay, lang einer? Too long, three long. Four long, all four long. All five long. Ja, es sind nur noch vier am Leben. Okay. Das übertreibt mal mich. Ich hätte schwer, könnte ich hätte fünf gesehen. Jetzt ziel vor allem mal. Ach, das bist du gar nicht. Die kommen Rampe schon. Ja, Digga, guck mein Leben. Ich habe schon gesehen. Ich habe viele von ihnen. Und der tut geknäldet. Ich habe einen Rang. Da, Rampe. Nice. Ohne Assist ihr Noobs. Mi, 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 mi. Ich habe die Füße. Mi, 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 mi. Der messert dich jetzt. Ich hoffe nicht. Ich werde einen richtig kasachischen Abgang machen. Warte. Nicht sterben. Wui. Ich habe doch nichts. Micho. Wie? Kommst du mit? Ja. Weil Lila ist AFK. Glaub ich. Da kommt jetzt eine Flash gleich raus. Ja. Ich habe ihn noch erwischt. Many on B. Sorry, aber das Flash der whole time. Ich habe es noch aus dem Augenwinkel gesehen. Das sah echt schwul aus. One mit. Das war es mir wert. Ich glaube, ich habe einen von ihnen gebetet. Ich habe einen von ihnen gebetet. Ich habe einen von ihnen gebetet. Ich glaube, sie sind alle halb live. Einer hat auf jeden Fall einen 4. Andere ist der Wind. Ja. Ja, keine Zeit mehr. Der hatte nur noch seinen Schuss. Du hattest 30 Sekunden, um zu reloaden. Und du hattest nicht. Der hat eine Waffe mit 35 Schuss. Oh, die. Ach komm, Scheiße auf Kevlar. Ah, okay. Bei dem hat es geklingelt. Bei einer Tür. Der Türbeer ist gut. Das hat mich f***et ab. Ja, ja. Werfen wir uns auf Verdacht. Flashlong. One is through. Bomb carry along at least too long. Ja, wir kommen. Stell dich in den Smoke. Nein, 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 nein. Wirklich, wirklich. Glaub mir, glaub mir. Das funktioniert. Da steht dein Arm. Jetzt. Oh. Du warst doch auf den Kopf. Ja. Aber es ist halt ein MP9, ne? Die haben eine Autosniper. They got an Autosniper. One Ico. Und einer von denen ist positiv. Der Bot auch f***. Oh. Sorry. Ich komm. Ich komm. Ich komm. Ja, ist okay. Ich glaub, die gehen eher. Ich glaub nicht. Tunnel clear. F***. Lang. Ich guck auf short. Maybe two. Mitte einer. Ah, spot. Okay. Hol dir seine Waffe, wenn er eine hat. Ja, mach. Der hatte gar keine. Ich komm von lang. Bomb carrier lang. Ich geh von lang. Versuch du von short irgendwie. Ich bin schon auf spot. Okay. Ja, shit. Der hat sie erwartet. Der Bomb carrier ist ganz hinten. Das ist die Game. Die kommen. Du kannst es machen. Du kannst es machen. Du kannst es machen. Ich komm. Kill it. Paragiri. Oh, der Sniper. Ach, vier Leute waren das noch. Nearly. Okay, wir können kaufen. Ja. I camp a spot. I camp a spot, hat er gesagt. Chibi-chibi. to be free suicide auto sniper steht auch da will ich nicht kill es ist schon so short mit mit ja die flaschen nicht aus kommen die zu dir ich weiß es nicht vielleicht auch nur schaut was er aber nur einer schock durch die bombe an sich ist long nach so es gibt noch den ein das entweder der mit autosniper oder der auf short war 70 on a spot still on spot ihr habt zwei autosnipers mitte der mensch ist kommen die flaschen gegeben gar nichts ich war mir so sicher dass der von short kommt hat er die bombe grundsätzlich und jetzt haben die wieder eine auto ja aber sie hätten zwei haben können ja aber ich wusste nicht wie es anders decken soll weil der hätte aus zwei richtungen kommen können ich habe jetzt kepler gekauft hatte kaufen auch ich habe halt in dem moment schon gekauft gab woher ich versuche und er hat behalten sobald ist ja okay du nicht so aber ich bin übel und wir haben total Zu lang. Zu lang. Ein langes Minus 93. Pass auf, die decken immer noch hinten ab. Ah, fuck. Autosniper, das ist der letzte. Das ist an dir vorbei, oder? Er plantet. Er plantet. Scheiße! Meine Seite. Too fucking close. Please drop me AVP. So and so. Hm. Na, ich geh jetzt auf A. Die kommen eh nicht B. Ich geh jetzt auf B. Klang clear soweit. Mit der Bomb-Carrier gehen vielleicht mit zu B. Kann sein. Kann sein. Es passt. Ja, die haben Mitte gesmoked. Mit zu B, I guess. Tunnel, behind you, behind you. Coming. Nice. Still one tunnel. Bomb-Carrier. Upper tunnel tunnel. Ist die Auto. Da! Last sniper position. Endlich, wir haben das Auto. Juhu. Wie kannst du's wagen? Oh, nimm vier. Wie kannst du's wagen? Wie kannst du's wagen? Wie kannst du's wagen? Komm, wenn ihr alle Fernkampf machen. Na, so einigermaßen Fernkampf. Und dann, so einigermaßen Fernkampf. Und dann, so einigermaßen Fernkampf. Komm, komm, komm. Okay, jetzt haben wir ein Mittel. Zwei Mittel. Smoke on, uh, Short. Watch. Smoke! Das ist der Bot, Kellan. Wenn es mal nicht der Bot ist. Short. Down. Nice. Der ist einfach durch den Smoke gerusht. Ich bin sicher als Sniper auf B. Sauber. Ich kann schwören, auf Short ist noch einer. Ja. Auto-Sniper. Auto-Sniper-Bomb-Carrier Short. Unter einer Mitte. Könntest du ihn einfach einmal erwischen? Danke. Das letzte ist die Auto-Sniper. He's on-site, right? Ja. Das ist der Auto-Sniper. Hey. Warum hast du nicht den APP genommen? Es gab keinen? Es gab keinen? Ah, nein! HALA BELOZA! HALA BELOZA! HALA BELOZA! HALA BELOZA! HALA BELOZA! Du sollst umschlagen. Ich glaube, es ist ein bisschen hart mit UMP gegen Auto-Sniper. Oh, ich werde B. D. HALA BELOZA! D. 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 Du kannst nicht f***ing Serial Serial? Serials? Wie Kellogs? Flash now Top-Mid einer Ein Top-Mid Going B Sicher? Nein! Die sind alle im Mitte 4 Stück Don't push, don't push Going again A Ja der geht, ist an Türen jetzt Nice One mid, mid to B Green go 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 B Du hast noch 14 Schuss Go together Going Flashbang Flashbang Nichts weiter Vor dir Ich hab's ruf gewonnen Left Jetzt hat er ne Negev Ach man Es wird doch richtig eng noch Ja Mit der Autosniper Daneben geschossen Ich Hat er auch nicht getroffen Das stimmt, du bist ja blau Mit der Autosniper Mitte schauen ist halt tödlich von deiner Sicht aus Es passt zu weit Sauber, einen haben wir erwischt Und das, doch das war der Bot Der Bot Shit Ich hab ne Flash gehört Die ist wahr Also bei mir ist noch nix B B B One on B Two on B Two on B Bomb Carrier Three on B Rechts Ja, links, sorry Ja, geh übern Tunnel Ihr seid zu viert da Links von der Tür ist einer Links von der Tür ist einer Unter der Tür und einer in der Sniperkörner Zwei unter der Tür Zwei unter der Tür Zwei unter der Tür Okay Okay, green muted Green muted Warte, ich hab was neues What did you say, green? I can't hear you What did you say, green? I can't hear you Der schießt mit der Necke durch die Mitte Bitte sagt mir, dass der Bot Lang Flash Long Flash Sauber Das war nicht der Bot Ja, ich komm Ich komm zu dir auf Lang Oder ich guck mitte Ein langes Clear soweit Okay It's me guys, all, all me Die blind Flashbang Nee Jo it's chv D0 Sauber Ah Hallo Wut Das besteht wir haben eigentlich gute wachen hat kannte plus jetzt aber egal wo die hingehen die sind entweder vier gegen ein oder vier gegen zwei ich werfe durch waschen ich bin mitte schließt aber aber tunnel one und spot now das war die aber ich habe niemanden sonst gesehen oben sicherst charging pierc嗎 upper tunnel help bebe yep let's move tunnel tunnel upper bbb At car Fast B, you three versus two Autosniper Hinter hier? Mit! Doors, mit! Go together Alter, wo ist der Sniper Position vielleicht? Wahrscheinlich in vorn Da, in unserem Window Under the Window Thank you Aber kein defuse No defuse Das kann, man hat das ganz Ich glaub das reicht um eine Sekunde nicht Dann hätt's hingehauen Na die haben aber, obwohl die haben sehr, sehr viel gewonnen Das heißt die können sich vielleicht noch Die können sich locker welche leisten Ne, die haben ja nicht immer gewonnen Dadurch, dass die alle überlebt haben auch Und ich sag's noch Keiner konnte sich defuse leisten Na gut, wir haben halt alle das Runden verloren Ja Einer haben wir, zwei haben wir gewonnen Let's go, let's go Nora, Schlitz, Engel Ich camp jetzt auch mit Roadnecks So lang bis die kommen Okay Smog Mitte, Nate Pass auf, die erwischen dich so, wenn's aus dem Tunnel kommt Die, äh, mit zu be Die Smog City Geh lieber vor die Türen Weil aus dem Tunnel raus erwischen die dich Ich seh die zu spät Aber die sind in der Mitte höchstwahrscheinlich Deswegen auf Short einer Ich bin geflasht Mitte Ist aber nicht der Bombscarrier City Ich bin geflasht Ja, ich muss One coming from city One has been planted Oder dein One Die Autosniper und der Rampe Die Autosniper und der Rampe 1 gegen 2 Ich weiß aber, keine Chance Was Rampe Nice Ah, schade Ja, Bon hat 2 Ja, aber das ist richtig gut gemacht Trotzdem Alles ausgeben Ja Alles ausgeben Ja Ja, B Das ist B Schieß einfach durch, oder? By the way, it's a little hard to win if you show negative attitudes Oh, da hat er einen Könnt sogar noch was werden Aber zu viel, zu wenig Zeit Viel zu wenig Zeit Doch, doch nicht In der Ecke ist halt die Autosniper Autosniper in der Corner Ach, die hat schon so viel gefressen Hm So Try or save it, but not like that Ja, oh Gott, das steht Ich dachte, das ist ein Feuerwehrjunge Ja Fuck Die wollte ich mir nicht kaufen Scheiße Ich hab ne Autoschrotze Du wolltest die Autosniper, oder? Nein, ich wollte ne MP7 eigentlich Äh, ne Max7 eigentlich Die schießen da jetzt wieder durch Ich geh mal auf Short Offensive Nein Nooo One Short Du, was machst du denn auf dem T-Spawn? Ja, das... Mann! Das machst du Du hast halt genau dran da geredet Wo der auch gejumpt ist Alter geht mir der Pic schon auf die Nerven Boin Boin Ja, Stier Ja, die haben aber auch gut gespielt in der... Eigentlich ja Ja, CT war irgendwie scheiße Ja Aber im Großen und Ganzen in Ordnung Ich bin auf die Ränge gespannt einfach Ich glaub nicht so... Oh! Höher als ich dachte Jeder Gold 4 außer mir Und dem Bot Und dem Arrow 404 404 Auuuutsch Oh je Jo Okay, Kinos Das war's für heute Hoffentlich hat's euch gefallen Nächstes Mal sieht man sich wieder Bye Ciao